Batman, die alte Fledermaus, ist mit Mad Mike wieder unterwegs und versucht natürlich, Gotham City wieder vorm Abstinken zu retten. In dem Fall ist es wirklich das erste Mal, dass es macht, weil es ja Origins. Und wir gucken mal nach, wo wir eigentlich hin müssen. Sehenswürdigkeiten gehen im Ursprung von Unikmars Übertragung nach. Eigentlich findet Black Mask gelange in die Gotham Merchants Bank. Spanking Banking, sag ich dazu nur. So, dann haben wir hier oben noch einen Verdächtigen, Anarchy, ja, ja, die Schnauze. Pinguins Waffendepot, benutze den Unterbrecher und Pinguins Waffendepot zerstören, da auch. Ach, guck mal, da an. Da oben haben wir noch ein paar Sachen. Das ist Mad Hatter und hier ist die Hauptmission und die wollen wir auf jeden Fall machen. Das heißt, wir haben hier zum Glück die Möglichkeit, um einen Quick Jump zu machen, den wir jetzt auch machen werden, weil dauert es uns lang. Wart mal, äh, den da hätte ich gerne. Ich würde mich jetzt eigentlich gerne schnell bewegen. Ja, es ist richtig, aber irgendwie ging das doch. Irgendwie kann ich doch hier hinfliegen, wenn ich das auswähle. So, schwenken, Wegmarke löschen, ja. Doppelklicken, Enter drücken. Hm, das ist aber so strange. Kann ich jetzt hier hin, so, versuchen. Was geht denn das nicht? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Muss ich nicht verstehen, oder? Normalerweise ist es so, wir gehen da einfach drüber. Schnell reise. Schwenken. Ja, via SD und so. Machen wir die ganze Zeit. Zoomen kann ich auch, klar. Seltsame Geschichte. Vielleicht muss ich auch erst hier raus. Kann auch sein. Wie komme ich hier eigentlich raus? Ach, hier ist eine Tür. Vielleicht liegt es auch da ran. Geh mal raus. So, wir sind draußen. Wie Gleitgel, äh, Gleittritt. Jetzt gucken wir nochmal. Äh, nicht da hoch. Äh, fing, 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 fing. Ich will auf jeden Fall da hin. Da will ich hin. Geht nicht. Space-Taste geht nicht. Das geht auch nicht. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Doppeln, klicken geht auch nicht. Dann machen wir halt wieder die Weg-Taste. Das war echt seltsam. Verstehe ich nicht. Muss ich vielleicht auf der anderen Seite erstmal alles aufgedeckt haben. Na gut, wir können natürlich noch gucken, dass wir hier einen Turm hier machen. Le-le-Türm. Dann haben wir den Wegs auch noch aufgedeckt, wenn wir irgendwas machen wollen. Die Leuchten lassen wir einfach mal da unten. Das ist mir aber nicht wurscht. Achtung, alle Einheiten, wir brauchen hier alle Einfachen. Es ist noch weiteres kein 10, 10 mehr. Müssen wir es auch mal selber schaffen. Ich würde gerne nochmal springen, aber es sieht nicht so aus, als dürfte ich das hier an der Stelle. Hey, Leute, geradlinig, geradlinig, 75 Meter weit. Na dann, versuchen wir es mal. Geradlinig, 75 Meter. Das sieht ganz gut aus, das sieht ganz gut aus. 75 Meter, ich gleite und gleite weiter und gleite und gleite und gleite und gleite und würde jetzt dann doch mal langsam gerne nach oben. Hep. Juhu. Hep, hoch da. Zack. Direkt rüber. Jetzt gucken wir mal, dass wir da hinten irgendwie um die Ecke kommen. Wenn ich Punkt war, bin ich nicht schon da. Achso, das ist der gleiche Bedeutung. Alter. Dadadadada. Batman ist wieder da. Ja, er ist weg. Dumm, 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 dumm. Hau ich dir auf der Fresse rum. Oh, mein Unterbrecher ist weg. Zack, 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 zappara, zack, zapp, zapp, zapp. Na komm. Eins, zwei, na. Ich muss mir mal ein paar für diesen netten Hits merken. Boom. Hallo. Überraschung. Stark. Ja, das hoffe ich doch. Langsinn ist mir auf den Sack. Ach, mir gehört mir doch einiges auf die Nerven. Vor allem eine komische Einschalterei in meiner Arbeit. Und Tatsache, dass ich diese Türme brauche, um irgendwo hinzukommen. Schön, wir hatten unseren Spaß. Aber dieses Unterfangen wird langweilig. Ja, finde ich auch. Halt die Klappe, Mann. Das Hack hat man so viel reiden müssen. Unglaub... Oh, das ist eine Dreierkombination. Initialisieren. Verbinden. Verbinden. Okay. Werdkompüter nicht verfügbar. Okay. Das heißt... Versuch's nochmal. Ne. Das geht definitiv nicht. Also irgendwas... Irgendwas stört hier. Lass uns erstmal gucken, wo der Störsender ist. Ey, macht's mir doch nicht ganz so einfach. Der Sack. Ja, guck mir meine an. Ich würde fast sagen, hier brauche ich den Ziel-Betarang. Das ist der hier. Ach ja, das war ja wieder dieses... Problem mit dem... Ah, mit dem Steuern. Das ist aber auch eine Scheiße hier immer. Brems mal. Sehr schön. Hoch. Guck mal, da ist was. Ähm... Was ist denn vielleicht doch irgendwo nochmal? Langsam. 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 Zielen. Treffer. Aber das wird nicht wirklich was. Anscheinend geht's auch nicht damit. Hm. Wie sieht's denn da oben aus? Ist da oben noch irgendwas? Okay. Okay, ist alles gestört? Nicht schlecht. Nö, nö. Ich geb nicht auf, mein Freund. Ich will nur mal gucken, wie ich da rüberkomme. Eigentlich ist das Blödsinn, dass ich hier nicht rüberkomme. Lol. Was für ein Blödsinn. Hm. Vielleicht muss ich mit dem Störsender da was machen. Ich hab ja noch so ein paar Tools. Also. Du bist ein... Meinst du, ich kann dir Ausweise machen, aber denkst du, das klappt? Ja, 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 ja. Könnt ihr vielleicht mal die Klappe halten? Ich bin echt gerade busy. Hm. Ein Unterbrecher ist es auch nicht. Das ist aber auch tricky jetzt in der Stelle, sozusagen. Dann geht's hier runter. Hm. 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 Hoppala, hoppala, hoppala. So weit wollte ich eigentlich gar nicht sein. Wir müssen also irgendwie das Ding da ausschalten. Ich hab keinen Bock, jetzt irgendwie nach einer Lösung zu suchen. Also gucken wir mal ganz kurz. Oh, das ist wieder diese... Ja, diese Verlangsamung. Das ist... Ja, du kommst ja nicht weiter, weil, äh... Ne, bla. Das find ich aber ein bisschen dämlich. Schauen wir uns mal kurz hier um. Wenn ich irgendwas vergessen habe. Dass es nicht irgendwo eine Möglichkeit gibt, in diesem Schneegestippe was zu finden. Ja, guck mal eine an, was wir da haben. Wie schalte ich die Dinger aus? So. Diamond District. Netzwerkrelais zerstört. Kann es das schon gewesen sein? Das Witzige ist ja eigentlich, dass das auch ein Netzwerkrelais ist da unten. Kurz gucken. Ah, ist immer noch gestört. So, wenn ich jetzt da rüberkomme. Dann ist hier auch noch eins drin. Ich sehe es auch da. Ja, das ist, äh, ziemlich heiß. So ein Scheiß. Da müssen wir dann doch wahrscheinlich den hier nutzen. Langsam. Der kommt durch. Warum gehen die dadurch nicht kaputt? What the fff? What the fff? Okay, guck mal erstmal, was das ist. Wo ist der Ausschalter dafür? Wo ist der hier irgendwo sein? Was? Den geht ja da rüber. Beide hoch. Und da? Eine Tür? Ne, es ist keine Tür. Wie kommen wir da vorbei? Das ist mir gleich einerlei. Denn das hier geht mir auf den Sack. Gucke ich dann... Zack, 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 zack. Ausbeschicken, Rohren, heißer Dampf, bla bla bla, weiß ich wohl. Aber das hilft mir nicht da oben weiter. Das ist echt nicht geht, das verstehe ich nicht. Vielleicht darf ich ihn gar nicht verlangsamen. Das geht nicht, warum geht das nicht? Warum geht das nicht, hm? Und ich kann nicht mehr da rüber. Das ist so ein Blödsinn, das Ding ist offen. Ich kann einfach da rüber. Das ist so eine Blödsinn-Geschichte hier wieder an der Stelle. Dass ich jetzt echt keinen Bock habe, hier die ganze Zeit rum zu blödeln. Sondern ich will verdammt nochmal mit der Schnellreisemöglichkeit hier rüberkommen. Was soll denn das? Hier, da, da will ich hin. Da. Nicht zentrieren. Mann. Ich will hier rüber. Da will ich hin. Ist doch nicht... Ist doch echt so... Sei. Sei. Halt die Fresse. Da möchte ich hin. So. Und das kann ich normalerweise hier rüber erreichen. So. Aber es geht schon wieder nicht auszuwählen. Ey, ich hasse dieses Spiel in der Richtung. Ich hasse es einfach. Ich fliege da jetzt so hin. Ist mir scheißegal. So ein Blödsinn-Schnellreiseweg funktioniert nicht. Ey, macht ihr denn nicht so viel eigentlich mal irgendwas richtig? Ja, ja. Ist schon okay. Bin ich gleich weg. Tschüss. Äh, hoch. Hallo? Zack. Ähm, aber keine Fehler. Wo ist ich eigentlich lang? Ach, da hinten. Ach ja, die Brücke. Richtig. Ich erinnere mich. Dass da immer so gelaber kommen muss. Das geht mir voll auf die Eier. Sack. Äh, die blöde Gothams-Brücke hier wieder. Na komm. Schnell nach oben. Da haben wir ein bisschen fliegen hier. Na gut, dann nehme ich. Was ist das hier eigentlich? Teleportationsportal oder was ist das hier? Ach, das ist wieder so ein Rätsel. Ich hasse Rätsel. Und tschüss. Ich war noch nie gut in Rätseln. Muss ja nicht jeder gut in Rätseln sein. Der Knoch heißt zum Beispiel ein Rätselliebhaber, sobald ich das nochmal empfinden darf. Na, das war aber ein kurzer Flug. Ich persönlich bin eher der Ich-hau-jemanden-auf-die-Omme. Die kombinieren wir uns aber auch ganz gut. Und der No-Aim, der ist auch eher der Ich-hau-jemanden-auf-die-Omme-Typ. Und der Gnadl ist glaube ich beides. So, also wunderschön, so mit dem Möchtegern-Pariser-Eiffelturm. Muss wahrscheinlich sein. Gott, gern Turm. Ich sitze hier gerne auf dem heißen Draht. Wer hat mich gehört? Gratis-auf! Huf! Okay, ja, komm ich nicht, komm ich nicht durch. Und das Beste an der Sache. Wir wollen nichts dafür. Alle, höp! Wir sind am Arsch. Ne, ist das nicht. Ich habe gar kein Interesse an euch. Ich will eigentlich nur... Hey! Dieser Freak ist in unserem Revier! Ja, ist er! Diesmal habe ich doch noch ganz kurz Bock. Bam! Badam-bam! Das war's. Ach, das hat fliegbare Einheiten. Uns wurde ein Gewaltverbrechen gemeldet. Ne, und? Das ist mir doch egal. Jetzt, Sir! Es ist Mitternacht, Sir. Ich wollte Ihnen bloß eine Frohe sein. Ach, wirklich! Merry Christmas! Ich wollte gerade T drücken. Beziehungsweise, ich habe sogar T gedrückt. Aber das wollte sie nicht. Machen wir doch gar nicht. Ey! Schöner Upper Cut. Gefällt, gefällt. So, kann ich jetzt bitte unbedingt hier hin? So, da runter. Nachdem das Scheißer nicht funktioniert. Dankeschön. Da will ich hin. Missionsziel. Da ist es! Hüpf! Das sieht doch wirklich nach einer Bank aus. Oder einem Acme Tower. Eins von beiden. So, und bevor wir jetzt in dieses wunderschöne Schloss hier reingehen. Machen wir noch ein kleines Päuschen. Und gucken dann mal, was da unten uns erwartet. Bis dahin! Mad Mike! Und Elise! Imens. Im Moment. Und er wurde jetzt an die KG-17. Und geht zur R幅itzung. Dann geht's alles vor und schauen. Okay? Und dann bin ich jetzt mit der R幅itzung. Wir wollen mal auf mich, was ich habe zu Sie gefragt. Und wir brauchen eine R幅itzung? Und jetzt habe ich mich mit der R幅itzung. Und dann noch nicht nur noch mit einer R幅itzung. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.